Hallo zusammen, mein Name ist Maria Teresa und ich habe Dolmetschen und Übersetzung studiert. Neben meinem Studium habe ich mein eigenes Amazon FBA Business aufgebaut. Deshalb habe ich mich bei eBakery beworben, um meine Fähigkeiten im E-Commerce weiter zu verfeinern. Ich werde auf dem eBakery YouTube-Kanal in den nächsten Wochen die Videos verfassen, in drei verschiedenen Sprachen, Italienisch, Deutsch und Englisch. Wenn du die Videos nicht verpassen möchtest, abonniere jetzt den Channel. Bis zum nächsten Mal.